Übrigens muss ich jetzt mal überlegen. Ich glaube, ich kenne Ivy doch. Ich weiß nicht wieso. Wirklich? Wie kommst du nur darauf? Endet. Ja, was hast du dir gedacht? Du hast Blumen getötet, ey. Du hast die wahrscheinlich totgelatscht. Nein, könnt ihr nicht. Je, was ist denn mit dem passiert? Ach, ist ja toll. Oh, da scheint mir ein bisschen Muskelbepackt zu sein. Hey, Pemi, ich hab ne Idee. Wenn du unbedingt einen Freund willst, versuchst du, dass man mit ausgeht. Hier, ich beißt euch alle aus. Kommt her, ey. Ihr seid doch sehr dummer, so fern. Ich weiß das doch. Ah, so ist doch geil, was? Ja, komm her, komm her, komm her. Ja, meine Peitsche für dich. Ich bin deine Domina. Ja, ich glaub schon. Ey, fiss dich. Ich weiß nicht, dass sie mir weh tut. Ich wollte doch eigentlich mal sein Gesicht zerkratzen. Jetzt hier. Wow. Jetzt lass mich den hier mal ausschalten, ey. Meine Güte. Mann, ey. Ich kann das nicht leiden. So. Jetzt bist du fällig. So, jetzt werde ich dich mal hier so... Ey. Ey. Mando, ich wollte den doch eigentlich mal so ausschalten, a la... Cool. Ah ja, jetzt gibt er einen Mond. Hallo. Ich tötte dich. Aua. Au. Da ist das Feuermelder. Was? Schwung an den Deckel. Schnell. Oh Gott. Hier wird alles verseucht. Hochklettern? Wo soll ich denn hier hochklettern? Miau. Hallo. Oh, was willst du denn hier? Eine Milliarde von Mikroorganismen wird in dein Blut eindringen. Ja, ja. Sporen werden wachsen und das Blut in deinen Adern ersetzt. Na, das glaubst du. Solange bis all dein Fleisch durch Ringe ersetzt wird. Ja, ja, ist klar. Du willst, dass ich ein Baum werde. Ist gut. Greenpeace schickt mich, oder was? Meine Güte, ey. Die ist völlig krank, die Frau. Ich verprüge euch hier alle und ihr könnt nix dagegen tun. Ahaha. Vielleicht sollte ich mal... Oha. Ich habe Wochen darauf verwandt, die Gipfel zu perfektionieren. Echt? Deinen fleischigen Körper zerstören werden. Ja, toll. Geilst du dich darauf jetzt gut? Ops. Da ist jemand runtergefallen. Ich sollte vielleicht nachgucken, ob ich dem helfen kann. Aber ich glaube nicht. Haut alle mal ab, ey. Sag mal. Kleine Sau hier. Ich will den doch nur töten. Dafür kann ich doch gar nix. Bleib am Boden. Ich benutze die Peitsche viel zu gerne. Ich seh die vorhin, die noch nicht macht. Du weißt, dass ich mal in die Richtung... Ey, bleib liegen. Bleib dir liegen. Bleib dir liegen, ey. Hopp. Legt euch wieder hin. Und jetzt werde ich euch die Augen auskratzen. Aua. Und du auch. Bäm. Voll auf den Boden. Was? Ähm. Sind wir jetzt fertig, Ivy? Ich wollte nur reden. Ich glaube, der hat so ein bisschen... Wow. Sie ist stur. Das muss ich wissen. Ja, sie ist stur. Ich glaube, die will mich hier nicht haben. Oh. Noch mehr? Ja. Die Natur ist schneller als du, Zemina. Meine Spuren werden deine Lungen füllen und ich von innen her... Sag mal, wie oft sollst du mir das eigentlich noch erzählen? Das klingt irgendwie nicht besser. Digga, uah. Was soll denn das? Jetzt schießen wir hier schon Blumen an, ey. Das finde ich aber nicht so nett. Ey, die ist ehrlich von Greenpeace, oder? Ah! Ach, die steht ja da oben sogar. Vielleicht sollte ich hier nicht stehen bleiben, ey. Was mache ich denn jetzt gegen sie? Ah. Hör zu, ich brauche deine Hilfe, Rotjops. Niemals. Echt schon, wieder. Toll. Erstmal Arme verschränken. Du hast vielleicht Nerven, Selina. Du kannst mich nicht töten. Ich bin Catwoman. Weh. Jetzt ist sie gefangen. Und jetzt sind wir wieder Batman, oder was? Batman! Batman! Sieht ganz so aus. Ah, was für ein Dosen. Lebt der noch! Aber ich will wissen, wer ist, Schatzi. Keiner ist der, für den er sich ausgibt, Süße. Wozu den Spaß verderben? Es war alles gelogen. Und du bist überhaupt nicht krank. Nett, dass du das sagst. Aber du müsstest es eigentlich besser wissen. Ich bin ganz schön krank, mein Freund. Das wusste ich da aber schon vorher. Ich bring dir nur mal mein Blut als Beispiel. Wünschte, jemand würde es nehmen. Es bringt mich noch um, dieses Zeug. Kann mir doch egal sein. Nicht ganz. Denn ein klitzeklein bisschen von mir steckt jetzt auch in dir, Bats. Oh. Ach, komm. Sag nicht, dass du das nicht schon immer wolltest. Total krank werden. Klar, das ist der Traum von allen. Hör zu. Uns läuft langsam die Zeit davon. Ich brauche deine Hilfe. Ich hatte das Heilmittel schon fast. Ich war ganz nah dran. Doch man hat es mir weggenommen. Dann sterben wir also beide. Das ist es mir wert. Ach ja? Stell dir vor, du stirbst, obwohl du weißt, dass es Gotham schon bald genauso ergehen wird. Wovon redest du überhaupt? Oh, hab ich das nicht erwähnt? Nein. Ich hab die letzten Wochen damit verbracht, Toden meines Blutes in sämtliche Notaufnahmen der Stadt zu brechen. Dann ist das Protokoll 10. Gotham wird vergiftet. Ich hatte irgendwie mehr erwartet. Protokoll 10. Noch nie davon gehört. Gut festhalten. Oh, nö. Du hörst an mir. Das war jetzt nicht so nett. Du, 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 kein Anschluss unter dieser Nummer. Hatte mir sein Handy auf die Brust geklebt? Na, fühlst du dich etwas abgespannt? Was willst du? Ach, Bats, Kopf hoch. Ich töte dich nicht. Ups. Wo ist das Heilmittel? Wer hat es? Ich hab unseren kaltherzigen Mr. Freeze mit der Herstellung beauftragt. Aber er ist untergetaucht. Oh, nicht der. Ich finde ihn. Darauf weg ich. Oh, Batman, du hast so ein bisschen Probleme mit deinem, naja, Motorik. Du hast gerade ein Handy kaputt gemacht. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Alfred, Joker hat mich vergiftet. Möglicherweise auch ganz Gotham. Mr. Freeze hat das einzige Heilmittel. Worauf warten Sie denn noch? Er ist in Arkham City. Finden Sie ihn? Wenn es so einfach wäre. Er wird da sein, wo es kalt ist. Er braucht Temperaturen unter Null, um überleben zu können. Ich will Sie ja nicht entmutigen, aber da draußen herrscht gerade Winter. Habe ich bemerkt. Die Kapuze ist so kalibriert, dass sie Wärmesignaturen ortet. Cool. Dann such mal. Ach, jetzt muss ich hier rumgehen und suchen, wo die kältesten Temperaturen sind. Ah, na super. Na, ist ja ganz klasse. Suchen wir mal Mr. Freeze. Den kenne ich übrigens. Was? Oh, hier wird es schon kälter. Gleitsprung! Bämst! Habt ihr nicht gesehen, wa? Tja. So einfach kann das kommen. Ey! Hör mal auf hier. Ich kann hier gerade nicht arbeiten. Ich soll hier auch noch Temperaturen finden. Und wenn ihr hier rumlauft, verfälscht das meine Ergebnisse. Also lasst das gefälligst. Hau ab! Und du auch! Ihr kleinen, bösen Leute! Ey! Das finde ich jetzt aber nicht so nett. Hier muss es zu Freeze-Labor sein. Ich bewege mich definitiv auf die kälteste Stelle. Echt so? Wow. Dass ich da nicht schon vorher dran gedacht habe. Ein direkter Draht zu meinem besten Freund auf der ganzen Welt. Stell dir das vor. Ich kann immer anrufen, wenn mir langweilig ist. Ich glaube, unsere Freundschaft erreicht eine neue Ebene. Wer weiß, vielleicht schreiben wir uns schon bald E-Mails oder verabreden uns zu romantischem Essen bei Kerzenschein. Ja. Das hättest du wohl gerne. Weißt du, wie viele Leichen bekommen wir hier rein? Was? Wenn wir sie gut verstauen, keine Ahnung. Ich verwundert. Alter! Hört mal auf hier. Na los! Ich sag's dir. Es ist wahr. Der Joker verreckt da drin. Das ist unsere letzte Gelegenheit. Hört mal auf hier, ne? Ich finde das nicht so doll. Komm! Da wird gekämpft! Neue Nebenmission ansehen. Ich muss mir eine Nebenmission ansehen. Ja, ist ja gut! Hört mal auf hier alle gegen mich jetzt zu kämpfen. Ich finde das nicht so nett. Yeah! Ich hab einfach jemanden genommen und auf ihn draufgeschwisst. Das fand ich super. Ja, ich guck mir gleich die Nebenmission an. Wenn hier diese ganz vielen Leute mal weg sind, hört doch mal auf, ey! Was wird wehtun? Dass ich euch verprügel? Ja, ich glaube schon, dass das wehtut. Habt ihr denn keine Comics früher gelesen? Das Gute gewinnt immer. Fallen by DC. Bei Marvel weiß ich gar nicht, ob... bei Marvel mal einmal schon mal ein guter Held gestorben ist. Aber ich glaube schon. Ich bin mir aber nicht sicher. Wenn ihr das wisst... Ja, ja, bei eurer Zahlen... Sag mal! Wären das hier immer mehr oder was, ey? Was soll das denn? Jetzt müssen wir mal ein bisschen hier in die Offensive gehen. Vielleicht ist das ja ein bisschen besser. So, mal ein paar verprügeln. Ein bisschen abwehren. Ja, komm her. Aua, das tat, glaube ich, ein bisschen weh. Ja, hau die Köppe auf den Boden. So, ist das richtig. Schisch. Sag mal. Hör dich jetzt mal hier auf. Mann, oh. Ich kann doch nicht immer alles machen. Ja, ja. Das glaubst du aber auch nur du. Ich kann übrigens nur den Entwaffnungsteil... ...Dings, Bams, Boom, Bam, Bang... ...machen, wenn es mir angeboten wird, glaube ich. Warte mal. Jetzt reicht's aber mal. Hier, geprügelt wird später. Ihr kriegt alle keine Geschenke vom Weihnachtsmann. Ja, ich hab gute Connection zum Weihnachtsmann. Weil der ist auch verkleidet. Au, das Tabby. Da bin ich mir sicher. Hör mal. Macht nämlich Batman, wenn er hier... ...wenn ich hier die zweite, die mittlere Taste drücke. Ah, da war ja was. Glaube ich nicht. Ich glaub, hier werde ich hier sterben. Na, ich hab abgewehrt. Oh, jo, 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 das war geil. Warum? Warum sollte ich so etwas tun? Sag mal, hörst du mal auf, hier deinen Baseball hochzuheben? Ich bin doch kein Baseball. Lebt hier noch wer? Guten Tag. Hey. Fuck. Geh dich mal an jemand anderen. Was? Da klingelt schon wieder ein Telefon. Was will der denn schon wieder von mir? Hat der Langeweile, oder was? Hallo? Guten Tag. Ich bin's. Lauf, lauf, lauf. Sonst wird's Blut vergoßt. Na, schon wieder. Wo denn diesmal? Komm, Orte. Scannen nach klingelnden Telefon. Wo? Da. Oh, ich guck erstmal die ganze Zeit. Hä? Wo ist denn das? Ja, das war gut, Batman. Wo? Ich bin mir gerade die Zeit. Wo, 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 wo. Ich fliege. Oh, ich hab auch keine Zeit für den gerade. Ja, zieh dich mal hier rüber. Oh Gott, ey. Was wollen die denn alle von mir? Ich glaube, die haben alle einen Sack. Ja, ich hab gerade keine Zeit für euch. Tut mir leid. Wirklich? Ja, ist auch gut so. Und hier lang. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh Gott, oh Gott. Hoffentlich schaffe ich das noch. Ja, hier einmal landen. Und los. Weiterlaufen, weiterlaufen. Ja, ich bin noch gar nicht mehr hier. Bin noch schon wieder weg. Hier muss das irgendwo sein. Ich bin noch gleich da. Ich bin noch gleich da. Irgendwo hier muss das sein. Ich könnte auch einfach mal den hier machen. Irgendwo unter mir, oder? Ja, ist genau unter mir. Komm. Und wir gehen mal ans Telefon. Ganz gemütlich. Guten Tag. Hey, nicht das Telefon verprügeln. Okay. So. Suchen wir ihn mal weiter. Ich glaube, ich erzähle weiter. Ja, erzähl mal. Ich habe das Bedürfnis zu reden. Vielleicht sogar zu beichten. Ich war reich und allein. Aber natürlich nicht lange. Ich entdeckte das Glücksspiel. Vielleicht entdeckte es mich. Wäre ich gut darin gewesen, wäre ich heute vielleicht nicht das, was ich bin. Ja, ja. Während mein Leben aus den Fugen gerät, schmiedete ich einen verzweifelten Plan. Ich wollte das Geld meiner Eltern zurückbekommen. Wieder glücklich sein. Es hat natürlich nicht funktioniert. Nur mit Geld. Das tun solche Pläne nicht. Ja. Und wie ich an diesem heißen Sommertag vor der Eisberg-Lounge stand, verspürte ich etwas. Vielleicht Hoffnung. Kannst du mal aufhören, ständig aufzulegen. Das finde ich nicht so nett. So, jetzt bin ich hier völlig im kalten Wärmeren und ich habe noch eine Nebenmission. Gucken wir mal. Einmal hier raus scrollen. Was ist das hier? Ja, vielleicht einfach mal hin. Kann mir jemand helfen? Bitte. Ich sitze im Norden auf dem Dach des Gotham FM-Gebäudes fest. Ich weiß nicht, wie lange ich mich noch verstecken kann. Jemand versucht mich umzubringen. Ja, ein Poetscher gefangen. Ach so ist das auch so. Ja, ja. Das Gwen kennen wir schon. Hier sind noch diese ganzen... Ach so, solche Container. Na gut. Retten wir mal den Typ hier. Ich bin auf dem Dach des alten Gotham. Ja, ja. Du bist auf dem Dach. Es sieht nicht gut aus, oder? Nein, anscheinend sind Jokers Männer auf der Suche nach Mr. Freeze. So, weiter geht's. Ich wusste nicht mal, dass er hier ist. Wie? Ich auch nicht. Wie inundformiert seid ihr denn? Es ist Batman. Das ist nicht Batman. Da habt ihr euch völlig gehört. Was? Ihr wollt euch prügeln? Na, kommt her. Prügelt ihr euch mit mir? Was ist los? Zur feige, um zu kämpfen. Weißt du doch. Ich kämpfe doch. Du bist so blind, oder was? Und nach was sieht das hier aus? Au, warst meine Kombo unterbrochen. Alter, hörst du auf? Komm, komm doch. Komm doch, trau dich. Ja, siehste, hast du davon. Voll deine Gegend mitzubekommen. Oh, du hängst hier aber schön. Chillst ein bisschen? Ja, ich verstehe schon. So sieht das aus, wenn junge Leute chillen. Was? Wo fliege ich denn hier hin? Und hopp. Was? Was? Wo seid ihr denn? Müssen wir wohl. Hab Kohl, Dampfmann. Ich will vorne in der Reihe stehen, wenn Essen kommt. Du bist sicher, dass es hier irgendwo abgeworfen wird? Lauf! Lauf! Batman hat... Ich hab's doch gesagt, es ist... Ja, hast du. Hab ich genau gehört. Was? Wieso ist denn der eine da gerade weggelaufen? Ey! Mann! Ich würde das nicht so nett hier. Jetzt hab ich ihn getreten. Toll, ey. Komm. Fall um. Sag mal. Lass mich in Ruhe. Ja, geh weg. Und jetzt? In dein Gesicht. Siehste? Hast du davon. Und auch in dein Gesicht. Ha! Schon wieder ein klingelndes Heloron? Wolltest du mich verarschen? Was will der denn? Der ist irgendwie ganz schön redenbedürftig.